Watch out here, I come! Ey, was? Bist du jetzt Struppi? Wie cool ist das, ne? Ich muss Witterung aufnehmen. Ich bin Struppi! Oh ja! Das ist geil! Da ist nirgendwo mehr. Da, da! Wo bist du? Da! Da! Oh! Da hat man Füßen entlang. Gib Stoff! Ah! Da bist du ja! Oh! Creepy! Wie sieht aus wie dieser Typ aus LazyTow. Jetzt bist du Tim. Mal, 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 mal! Na! Oh! Geil! Was kann ich? Nicht! Sich wie ne Prima Ballettine hinstellen. Das stimmt! Every day I'm shot ballin! Guck mal so der Arme! Er digitiert! Hallo! Tim digitiert soooo! Tim Tim! Kostet nur 90 Mark! 90 Mark? Seit bald? Ach ja! Ja, ja! Wir müssen mir denken! Nee! Hatten die nicht Kronen im Film oder sowas? Irgendwas anderes über Tim Mark? Ich verrichte, es ist zu spät! Normalerweise... Es tut mir leid! Ich will es nicht so riesiges Kind! Ich will keinen schwaren Fisch mehr! Er hat so komische Blüten und trug dir seine Haare ein! Beton! Welche Warte? Er ist creepy! Guck mal, er will sie wegnehmen! Stummigfassel! Oh, fein! Es tut mir leid! Guten Tag! Ach, wo? Halt doch das dem noch weiter nach unten! Dann riechst du direkt auf! Ja, und er hat das nicht... Wo ist das abgeblieben? Er hat sich in den Hintern gesteckt! Was soll ich jetzt tun? Ich hab einen Schiffen! Du sollst ihm folgen! Er kennt sich mit Schiffen aus! Ach so! Er weiß wie er es dir im Hintern stopft! Der schiff dich! I will go down! Guck mal! I ship it! Kannst du sie so lange umrandeln bis sie dir eine reinhauen? Weiß ich nicht! Ach, der würde schiffen! Oh, das ist voll creepy aus! Also die Augen sind ok, aber der Mund ist so... Free! Der hat mir Blas gesaugt und hat die Lüppchen reingesaugt! Einen Staubsauger! So! Oh, ein Buch! Ui! Lege deine Hand auf eine Seite und halte! Um zu umzugritten! Oh mein Gott, auch das noch! Jetzt wird's ja voll anstrengend hier! Und ihr schweres Erbe! Oh nein! Die Einhorn! Schiff der Flotte Ludwig! Was für eine Mulle! Drei Masken, zwei Decks, 50 Kanäle! Guck mal, er liest das! Von Reckham dem Roten angegriffen! Der Kapitän der Einhorn sprengte sein eigenes Schiff in die Luft! Hast du das gehört, Storpi? Nein, der überblüht ja auch so! Für die Leute, die nicht lesen können oder zu faul sind! Die Quasi haben nur zwei Zeraufgefassen! Was ist das? Guck mal, da steht sogar drin, dass man das Ding drehen muss! Wenn er ein Dreh ist... Hä? Was ist das denn? Nein, das Schiff! Guck mal, der hat ein schwarzes Kind! Was ist das Buch oder das Schiff? Alles! 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 Warte! Warte! Mag ich das Verraten nutzen? Warum nicht? Das wäre doch wohl... eigentlich das dingische oder? Ja några Zeit, Tobi! Was jetzt? Zuschlagen mit uns! Oh, 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 oh! Oh, wie viel da kommt ich! Vielleicht kriegt er direkt den Fähren. Ich blinke rot, als würde ich gleich explodieren. Mann, die alle dachten! Die liegen alle gleich da! Alter, der Zwerg hat die alle fertig gemacht! Unrealistisch, normalerweise halt so Tim was auf den Hinterkopf kriegen müssen und eine Wurst auszahlen müssen. Wir wussten alle, dass dieses Spiel spastisch wird. Ja, aber für 40 Euro ist was Besseres. Ich hab 40 Euro dafür ausgegeben. Nein, hab ich 40? Ja, 30. Du hast Geld dafür bezahlt! Das ist der Schlimmer als für heute. 3 Euro! Natürlich hab ich Geld dafür bezahlt. Meinst du, ich hab's geklaut? Die Ratten kennen den Weg. Mach weiter! Oh Gott! Er levitiert sich die Sachen runter. Wie? Ach so! Ah, Schlauer Struppi! Er kann... Den kriegt die Wann toll drauf. Ja, Spider-Struppi! 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 Tut was immer ein Spider-Struppi tut. Wollen wir die wegfliegen? Ja! Jo! What? Auf Schloss Milo! Was? 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 Was hat er mit dem Bergament gemacht? Sie suchen nicht bei dir, Struppi! Oh! Oh! Mein Gott! Mein Gott! Schleicheingriff! Etzio! 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 Was war das? Erko, die beste Menge. Boah, okay! Boah, die siecheng개를ffen hat! Mmmhhh, Nutcracker! Tun 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 ttu tun! Was ernst? Tun 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 tun! Tun tun! Tun tun! Tun tun! Tun tun! Nun ich hab so gesehen, die lite watchig mit derausgarten zu treffen! Tun tun tun! Tun tun tun! Was war das denn? Was war das denn? Niemand läuft so schnell so weit hoch und runter. Wie funktioniert das? Tim, ne? Tim, der läuft ganz anders als andere Menschen. Schöne Katzi. Oh man, der Himmel, der schickt mich. Macht dich voll fertig. Diese riesigen Sterne oder so. Wo kommt der denn her? Du hast ihn nicht mitgenommen. Wie kannst du denn mit? Entschuldigung. Der Appletzio echt Konkurrenzio. Ja, ernst. Mit seiner Bubi-Fresse? Er ist Assessin-Rekrut, so wie er aussieht. Weil er hat ja noch keinen Blatt oder so. Nee. Aber das erklärt's zumindest mal. Ja, aber der eine, der die Hand wird, ey, das ist vorbei. Dann ist es vorbei, ey. Überlebt Tim die Welt. Er interviewt einfach jeden und absorbiert seine Fähigkeit. Ja. Waren das nicht immer so böse Richte bei Batman und Superman und so? So Absorber? Ja, oooh. Lass mal los. Um in das Fass zu steigen? Ja. Das ist süß. Das ist voll lieblich. Wie kommt der denn raus? Ich hab keine Ahnung. Absorben rauspringen. Moischen-Mörder. Was haben wir dafür jetzt aus? Oh, oh. Ups. Did you have a Johnson? Ah. Oh, my nose. Oh, my nose. Das ist gerade so gestiegen. Oh, my nose. Das geht mich gar nicht mehr ein. Ja, ich hab da fast die Musik gemacht vor Anhören, ey. Kann man auch schon ein Hörischirn? Ja, wenn ich die auf meinem Laptop gehören und nur hinhöre, dann. Oh, oh, oh. 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 Ey, Stroppi. Wo kommst du denn du hier, Mann? Sehr schön. Reiz von dem Mund. Boah, ja. Ich kenne dein Arzt und seine Gesichtspierungen. Wie ist das aus? Als würdest du dir den Wattplack davon reinspringen. Als würdest du das gestorben Wattplacken? Boah. Aber dann kommt man noch so ein Spänzchen raus. Oh, also. So sieht man weg vom Laptop. Ja. Oh, oh, oh. Ich weiß schon nicht mehr, was er laufen soll. Ja, ja, ist ja gut. Geh ja schon. Auf den Rand des Lochs und Stroppi hier durchzuschicken. Hörst du mir? Welches Loch? Dieses Loch. Jetzt bist du dran, Stroppi. Ach, süß. Ach. Stopp. Und er bleibt da an der Kante hin? Wie steht er da? Äh, ich kann mal den Dancer. Äh, 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 äh. Er frechtet mit seiner Laptop. Sieh die Hand vor Augen nicht. Ja, wie denn wir müssen die Gattette bewegen, der in dein Kopf fällt? Echt so. On guard. Wie? Was ist das denn? Richte das nicht auf die Insekten, um sie zu verbrennen. Verbrennen mit einer Taschenlampe. Was ist denn das für eine Taschenlampe? Sind wir das lieben? Oder was sind das für Insekten? Ja, ich glaube, das ist ziemlich brutal. Im Koran steht zum Beispiel, du darfst kein Tier verbrennen. Sonst kommst du nicht in den Himmel. Ja, Tim. Ja, Tim. Das war's so gut. Du kommst irgendwer nicht. Du darfst ja auch einer anderen nicht wehtun, oder? Was? Du bist gestorben? Nein, er ist hingefallen. Auf so eine Pferze. Ja, ja. Die sind ja gar nicht aufhändig. Wohin? Oh! Töntest du dich denn? Wie geht denn das? Ich denke, der fällt in ein tiefes Loch und er landet auf seinen Arsch und ist tot. Oh! Also, drehen wir noch mal. Oh! Das ist ja fies! Ich drehe es mal noch ein bisschen weiter, bis es nicht mehr geht. Oder kann ich mich in den Wolf drehen? Vielleicht kannst du hier den Wolf drehen. Ja. Boah, nach dem Zeug. Du stehst nach dem Zeug. Aber wenn ich es jetzt loslasse, dann... ...jumpen. Es wird aber langsamer. Ja, wahrscheinlich... Ich glaube nicht, das fährt wahrscheinlich wieder zurück. Er muss drauf und dann fährt es zurück. Das geht. Nimm mich mit! Oh, Tim! Oh, Tim! So viel erst hast du ins Green Tea spiel! Komm schon! Warum leuchten die eigentlich so automatisch grün verstrahlt? Ach Gott! Wer trägt ihr denn da? Tim! Hast du Quatschuh, Junge? Ja, ich rede mit sich selber. Er trägt auch nicht sehr gut. Hat keine Freunde. Voller Haulung! Ich brauche was zum... Ach, da unten ist eine Butter, glaube ich. Den, den du mit einem Schlauch kaputt machst. Oh, okay! Oder zwei! Baller! Schöne Sinti-Preti! Wir werden bald wieder mitnehmen können! Hey, Krebs! Hey, Krebs! Hey, Krebs! Hey, Krebs! Was ist das denn? Das ist doch hier gar nicht, Sacker! Ich glaube, Sie haben da etwas, das uns gehört. Wovon reden Sie da? Das ist mein Schiff! Ich hab's gekauft! Sie hätten es mir damals wirklich verkaufen sollen. Sie auch? Sie suchen auch nach den Einhörnern, stimmt's? Sie sehen immer nur Jungfrauen, die Mama! Ich hab mich jetzt aufgehoben, um die Einhörner zu sehen! Ich werde dich aufbringen, wenn ich die Einhörner nicht sehe! Und in allen Urheil-Schiffen steckte ein Pergament. Nun, da frage ich mich doch, warum... Weiß nichts! Diese Schiffe sind wertlos! Guck mal, sie ist aus dem Hitler! Warum hat er schon immer so kleine Dienbchen? Ja, das... Warum ist das irgendwie... von vorne, wie das ein bisschen merkwürdig ist? Ich bin Reporter! Davon lebe ich! Guck mal, er hat sich fackte Augenbrauen! Ja! Tim! Oder was? Nee, das ist ein Natur-Ginger! Er hat sich aber geklappt, der Augenbrauen! Sie sind schwarz! Pass auf! Jetzt haben sie alle schon, jetzt werden sie aber brutal mit. Ich weiß schon, dass es zu groß für dieses Schloss. Wo willst du hin? Weiß nicht, wo muss ich denn hin? Zu den Einhörnern! Wie Einhörnern? Zu den Schiffen! Ach so! Ja, er hätte doch mal merken können, dass das Salz ist. Dann hätte man sich die Arbeit feiern können. Echt mal! Amateur! Ne? Falsch überhaupt so schnaufe! Alter! Dieses Schiff will nicht so wie ich will! Das ist Kackteil! Schiff treut mich! Egal, er hat trotzdem funktioniert! Du kannst es nur in eine bestimmte Richtung Welt drehen! Ja, Stroppi! Wir haben es! Ja, Stroppi! Oh! Oh! Aber wie? Der bringt ganz umsonst! Ich war ja Trimmelauer! Nein! Leider war ein Zungenauer! Wieso sieht es denn wieder zu? Hat er abgeschlossen? Ja! Du Bitch! Du hast mich beklaut! Guck mal, sein Augengrund! Du hast geklaut, was ich klauen wollte! Also hast du mich beklaut! Im Voraus! Ich glaube, das war nicht schneller! Ah, das sieht richtig aus! Ah, da war langsam! Das ist richtig oder gut! Dings! Hey! Was lachen Sie da? Was wollte ich am Ignorieren? Hier sitzt auf der Ignorliste. Wo kommt der denn her? Komm her! Was weiß ich schon, wie… Meinen Kopfschule! Ich darf das erste Mal sein, Aber er sitzt genau wie wenn er stirbt Er weiß zu viel Oh, und dann verschwinden sie Luis, du weißt zu viel, jetzt müssen du bei der Küche schlafen Gut, lass mich einfach mal zurück Das war auch ganz schön hässlich, ne? Ja, etwas Bevor wir einlaufen Was? Einlaufen? Wer kriegt einlaufen? Bevor wir einlaufen hat er glaub ich gesagt, aber es klang anders Sie laufen in Tims Hafen ein Oh nein, es ist so ein schreckliches Wortspieler Boah, Struppi, ey Burner Ich hab manchmal gesagt, wie ich verliebt Ich hab mir das kostenlos gemacht, ey Super doch So gut hier waren War das heute Morgen? Ne, wann war denn das? Was hat mir denn noch für eklige Anspielungen gegeben? Los, mach schon Los, mach schon Tiefer, Struppi tiefer An deinem Steuerrad gedreht Ihr müsst die Knoten entnehmen Ja genau Ich hab mein Knoten in dein Fahrwasser gehalten Ich weiß jetzt nicht mehr was so viel Ich schrubb dein Deck Ich hab mein Knoten entnehmen